Herzlich Willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Heute kommen wir zur letzten Folge in unserer Reihe Jesus im Alten Testament. Und in der letzten Woche haben wir uns ja schon angeschaut, wie Mose schon so ein Bild auf Christus hin ist. Und wir haben auch schon von David gesprochen, dass er noch so ein zweites, großes Bild ist. Und hier wollen wir mit dieser Folge einfach mal anknüpfen, wer aber David was zeigt oder was aus seinem Leben sehen wir, was irgendwie auf Jesus hindeutet. Und machen dann noch so, ja, nicht ein Exkurs, weil schon wir da gut Zeit eingeplant haben für. Aber wir wollen mal in die Stiftshütte, in den Tempel hineinschauen. Tempel ist vielleicht das einfache Wort, ja genau. So vielleicht besser. Also wir wollen in den Tempel hineinschauen. Es gab auch die Stiftshütte, die war davor. Die ist dann mitgewandert, aber der Tempel war dann halt eben an einem festen Ort. Und was finden wir im Tempel alles so auch dort für Bilder auf Christus hin? Das soll so der Rahmen für unsere heutige Folge sein. Also fangen wir mal an mit David. Ja, genau. David. Und wenn ihr jetzt diese Folge hier als erste hört und gerade dazugekommen seid, dann ist es vielleicht auch, muss man vielleicht einfach nochmal sagen, uns geht es nicht darum zu sagen, David ist jetzt wie Christus oder so gewesen, sondern wenn du irgendwas mal liest in der Bibel und meistens geht es ja gerade Menschen, die so im Eintestament sagen, das erste Mal lesen, fragen sie ganz viel, wofür brauche ich das? Warum muss ich das hier lesen? Oder ist das überhaupt noch relevant? Ja, denn wir haben gelernt, Jesus war schon damals da. Er war vielleicht nicht als Mensch auf der Erde schon. Er war nicht nur bei Gott, sondern auch immer wieder im Alten Testament kommt er durch. Wir haben das vom Engel des Herrn gehört, der er höchstwahrscheinlich ist und auch in der Schöpfung war da und auch bei anderen Momenten. Und wir sehen, dass sich immer so ein bisschen wieder der Vorhang leicht öffnet und wir ein bisschen was dahinter gucken können, was Gott schon als Plan hat, was er mit Jesus eines Tages vollbringen wird hier auf der Erde. Das ist wirklich ganz spannend, wie so eine kleine Detektivgeschichte, wenn man immer wieder sieht, wow, da kündigt sich schon irgendwas ganz krasses an, was dann eines Tages passieren wird. Und das sehen wir auch bei diesem David. David ist sicherlich kein Heiliger gewesen, ja, aber er ist ein ganz besonderer gewesen, ja. David war dieses, kann man sagen, dieses Vorbild, dieses Role Model eines guten Königs, der Jesus dann auch später sein wird oder sein würde, ja, für die jetzt aus Sicht des Volkes Israel gesprochen. Er war wirklich der erste richtig, richtig gute König, denn er war eigentlich der zweite, aber der Saul war so ein bisschen der Griff ins Klo. Das hat nicht so gut geklappt. Er hat nicht so, ja, hat nicht so hingehauen. Ja. Ja, das Spannende bei David ist ja, er ist nicht als König geboren, sondern er ist jemand, der, ähm, der jüngste Bruder, der war der jüngste, ja. Von, von einer ganzen Reihe von Brüdern. Ja. Und, ähm, und er war draußen am Schafehüten, ja. Also das war so sein Tätigkeitsbereich. Er war Schafhüter, genau wie Mose, ja, das dann auch zwischendurch war, als er aus Ägypten zuerst geflohen ist, noch nicht mit seinem Volk. Und, ähm, da, da hat David schon gelernt, ja, mit Bären, mit Löwen, äh, zu kämpfen, seine, seine Schafe zu, äh, zu behüten, ähm, und, und Gott erwählt ihn, ja, indem der Prophet Samuel kommt und, äh, sich die Söhne anschaut, also seine Brüder, ähm, und, und Samuel findet nicht den König und fragt dann, hast du noch weitere Brüder, Isai, ja, und dann, ja, da hinten auf dem Feld, den David, na gut, und dann kommt er rein, ja, und dann der ist es, ne, denn Gott sieht ins Herz, er hat in sein Herz hineingesehen und da sehen wir, glaube ich, ganz viele auch Parallelen, ähm, auf Jesus hin. Genau, man sagt eben auch, David war wirklich ein Mann, äh, nach dem Herzen Gottes. Das ist das, was so prägnant ist über den David, ja, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ähm, sein Herz war immer im richtigen Fleck, denn schon damals, als er ein kleiner Junge war, hat er, ähm, Musik geschrieben für ihn, also er war ein Lobpreiser, absolut vor dem ähm, hat Musik geschrieben, äh, hat gesungen, getanzt, wissen wir nicht so genau, ja, hat auch getanzt, ähm, sein Herz war schon immer, äh, für Gott da und ganz von Gott erfüllt, ja, ähm, er hatte Ecken und Kanten, er war, ähm, vielleicht manchmal kein einziger, kein einfacher Mensch, ähm, aber er hatte immer diese ganz, ganz tiefe Verbundenheit mit Gott. Deswegen er auch, wenn er denn mal einen Fehltritt gemacht hat, das tatsächlich gehört hat, wenn Gott ihn zur Rechenschaft ziehen musste, ähm, auch schon in der Zeit, wo er noch nicht König von Israel war, ähm, wo er ja unter Saul auch dann verfolgt war und sich so eine Outlaw-Gruppe dann um sich gescharrt hat und durch die Wüste gezogen ist, er war immer darauf angewiesen, dass Gott ihn tatsächlich ganz nah leitet und ihm sagt, wo er hingehen soll und dieses Herz hat er ja, dass er das gehört hat von Gott. Ja, ich finde, einer der eindrücklichsten Momente ist, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, der erste König war ja Saul und David war dann der von Gott eingesetzte König, nachdem Gott den Saul verworfen hatte, weil Gott, äh, weil Saul sich nicht nach Gottes Geboten gerichtet hat und Saul ist weiterhin in der Macht geblieben und total krampfhaft hat er versucht, irgendwie in dem Königtum festzuhalten, aber David war jetzt plötzlich schon ein gesalbter König, aber er hat nicht jetzt irgendwie so einen Mordkomplott gegen Saul geplant, ähm, sondern hat einfach sich zurückgelehnt und so sein Ding gemacht und zu Gott gebetet. Er war sanftmütig auch, ja. Er hat gesagt, so Gott wird das schon regeln, Gott wird das Leben von Saul beenden, er wird nicht seine Hand an den Gesalbten legen. Und da sehen wir diese Sanftmut, diese Demut, die er hatte, ja, die, die für ihn, glaube ich, sehr, sehr bezeichnend sind, ja, dieses Gottvertrauen, ja. Ja, und dann hat eben aufgrund dessen Gott ihm tatsächlich all diese Ehren gegeben, ja, er wurde der König von Israel, er hat ganz viel Land erobern, er hat Israel wirklich stark gemacht und dann ging es eben darum, dass David gesagt hat, Leute, es geht hier nicht um mich. Ähm, ihm wurde klar, Mensch, ich habe einen Palast, aber Gott selbst hat keinen. Und die Ehre hier in Jerusalem und damit in ganz Israel soll Gott an erster Stelle haben. Und er hat gesagt, ich möchte so gerne Gott ein Haus bauen, ein Tempel, damit Gott die Ehre bekommt. Und das klar ist, er ist hier eigentlich der Erste in diesem Land. Er soll uns auch leiten. Ähm, und das war sein Plan. So, und darauf hat Gott jetzt geantwortet. Ja, genau, da befinden wir uns im 2. Samuel, Kapitel 7, und Gott antwortet, ähm, das, ja, er dreht die Sache um, ja, also, ich finde es spannend, erst mal Vers 8, da sagt er, so spricht nun, so spricht nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, der Herrscher, und ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du führst würdest, über mein Volk, über Israel. Also, er betont immer dieses Hirten-Dasein, das Gott selbst ihn erwählt hat. Da denke ich auch schon an Jesus, das Hirten-Dasein, ne? Ja, das ist wunderbar, ne? Dass er seine Schafe geweidet, ja. Er ist der Auserwählte auch des Herrn, so wie auch Gott in einer gewissen Art und Weise Jesus auch auserwählt hat. Und, ja, und dann sagt er letztendlich dann Vers 12, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinem Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Also, Gott dreht die Sache einmal um, ja. Er dreht das um, ja. Du willst mir ein Haus bauen, ich baue dir ein Haus, ne? Das sagt Gott hier. Genau, das sagt er ganz am Ende auch noch in Vers 11, heißt es so, nun kündigt Gott dir an, dass er dir ein Haus bauen wird, ne? Und dieses Haus, was er baut, ähm, einen Palast hat er ja schon. Da geht es jetzt nicht um ein Haus aus Stein, sondern das Haus, was er ihm bauen wird, wird tatsächlich ein Königreich sein, was über alle Generationen bestehen wird. Und er sagt, ich werde dir ein Haus bauen, du wirst quasi einen Namen hier und einen Platz auf der Erde immer haben, David, sagt Gott, und das ist nämlich dein Königreich. Und das bedeutet, als erstes wirst du ein Nachkommen haben, der, der dir auf den Thron folgen wird, der soll mir ein Haus bauen, das ist okay, sollst du nicht, weil ich baue dir ein Haus. Ach so, krass, ne? Also Gott, es ist so krass, also wir wollen Gott dienen, aber als erstes dient letztlich Gott uns, also auch da so drin, ne? Ja. So, und dann sagt er aber eben noch was, und das kennen die, die schon jetzt Hörer der letzten Folgen sind, auch schon aus einem anderen Zusammenhang, das hatten wir schon bei Adam und auch schon bei Abraham, da sagt er tatsächlich, ähm, Vers 12, ne? So will ich deinem Samen, weißt du, oder? Ja, genau, das mit dem Samen, genau. Und auch dann in Vers 13, dieser Nachkomme wird dann ein Haus für meinen Namen bauen und seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben. Und da merkt man, man könnte jetzt sagen, okay, Salomos soll das jetzt sein, ja, sein Sohn, ähm, nee, Salomos Königtum hatte eben nicht ewigen Bestand. Schon beim Sohn Samuel, äh, beim Sohn Salomos hat man gemerkt, das Königreich ist zerbrochen, ja? Es muss also ein anderer Nachkomme Davids sein, dessen Königtum ewiges Bestand haben wird. Und da denke ich einfach an, an Jesus, weil wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Jesus aus der Familie Davids ist, ja? Hm. Josef war, konnte seinen Stammbaum von David, äh, ableiten, äh, das haben wir im Matthäus-Evangelium im ersten Kapitel, wir haben es auch im Lukas-Evangelium. Äh, sie konnten auf unterschiedliche Weise wahrscheinlich sogar, ähm, die, die, die Abstammung von Davids her leiten und in diesem Moment sagt tatsächlich Gott zu David, einer deiner Nachkommen wird ein ewiges Königtum errichten und es wird ewig Bestand haben. Da können wir nur an Jesus denken. Ja, genau, vor allem wegen dem nächsten Vers, wo dann auch noch betont wird, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Ja, wow. Also, ja, also das ist wirklich, wirklich wunderbare Prophetie, ja, auf Jesus hin und, ja, Kenner des Neuen Testaments wissen, wie Jesus doch oft auch angesprochen wird, wenn Leute ihnen zum Beispiel um Heilung am Flehen, da sagen sie zu ihm, du Sohn Davids, also hier wird der Sohn verheißen und es wurde wirklich zu so einem Messias-Titel auch im Laufe der Zeit, so dass, wenn im Neuen Testament, wenn ihr hört, Sohn Davids, ja, das, das ist ganz klar, das Bekenntnis, du bist der Messias, ja, und das ist, zeigt auch schon, wenn die Leute ihn so anrufen, zeigt auch schon so ein Glauben, ja, so, ja, worauf Gott dann, also Jesus dann handelt. Ja, und eben Davids Stadt, zwar Bethlehem, da kam er her, also sein Vater Isai, ähm, und das ist eben dann auch die Stadt, in der Jesus geboren wurde und die Josef wieder zurückziehen sollte, in der Stadt Davids, also wir kennen das so aus der, aus der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, ja, äh, welches Bethlehem, also das, äh, ist tatsächlich das Haus Davids, ähm, hat einen ewigen Bestand und es ist halt krass, dass Gott das, ähm, und, und ist letztlich das Haus Jesu, ja, und es ist halt krass, aber, ja, warum hat Gott tatsächlich diesen David erwählt, was hat ihn so besonders gemacht, dass er das Haus seines Sohnes Jesus letztlich als, als Haus Davids bezeichnet, das ist doch krass, oder? Ja, das ist absolut krass. Also, ich denke, wir sehen einfach so, Gott ehrt dieses Vertrauen Davids, auch diese Demo, die er hat, dass er sich wirklich sorgt und kümmert, nicht nur um sein Volk, über das Gott ihn eingesetzt hat, sondern auch, dass ihm die Gebote Gottes ganz, ganz wichtig sind, also, äh, dass, dass er wirklich, er setzt ja auch einen ganzen Lobpreis Gottesdienst ein, dann, ne, also, wo er schon Anweisungen gibt, wie das sein soll, ähm, wie Dinge gesungen werden, von denen wir ganz viele Psalmen von ihnen überliefert haben, also er ist wirklich jemand, durch den Gott gesprochen hat und, ja, der sich einfach vollkommen Gott hingegeben hat, auch wenn er nicht fehlerfrei war. Ja, er hat sich auch jetzt wirklich, ihm war es auch egal, ob er sich quasi für Gott lächerlich macht, ja, so wie er getanzt hat vor Gott, das war es ihm egal, ob die Leute sagen, boah, wie kann denn so ein König, der muss doch irgendwie erhaben sein, das war ihm egal, also, er hat das für Gott gemacht und deswegen hat er auch nie so viel auf seine, auf seine Rolle, auf seinen Prunk irgendwie gegeben, ja, wie du schon gesagt hast, als er schon gesalbt war, aber noch nicht König war, hat er auch nicht darauf gestrebt, jetzt möglichst schnell König zu werden, sondern er hat das so angenommen und das finde ich auch etwas, dieses Sanftmütige, das sieht man ganz stark bei Jesus, ähm, Jesus hat nie, er hätte alles Mögliche haben können, ja, er hätte eine Engelsarmee sich holen können, er hätte durch Wunder und durch seine Macht die Leute, den Leuten ganz klar sichtlich machen können, dass er hier der, der, der Messias ist, hat es nicht getan, ähm, weil er auch diese Sanftmut hatte, ja. Ja, absolut. Ja, also, was aber so spannend ist, heißt es halt dann, wir sehen dann so David und, und auch er ist nicht der Messias, ne, auch, auch er, obwohl er so ein guter König war und was auch schon so ein schönes Bild auf Jesus hin ist, ne, er wird auch ein guter König sein, aber, aber David hat dann am Ende seines Lebens nochmal Ehebruch begangen und damit auch, äh, die ganze, ja, seine ganzen Söhne, die ihm da auch, äh, im Schlechten nachgefolgt sind, damit irgendwie in Sünde hineingeworfen und, ja, da, da sieht man einfach, oh, auch diese Erwartung wurde wieder nicht erhöht, also wir müssen noch auf einen anderen warten. Ja, genau, aber es ist eben tatsächlich so, dass, wer er war, Gott hat sein Versprechen ihm gegenüber nicht zurückgenommen, ja, trotz seiner späteren Versäumnisse und Sünden, aber wir sehen das eben auch nochmal bei ihm, gerade die Psalmen sind ja auch einfach herrlich, die, ganz viele sind eben von David, da lesen wir nochmal mehr wirklich von seinem Herz, also, das kann ich auch einfach nur jedem empfehlen, mal so, auch diese Bußpsalmen von David, so wie 51 oder so, tatsächlich mal zu lesen, daran erkennt man echt was von seinem Herzen, ne, genau. Weil das war der Unterschied, ne, er war einfach bußfertig, das war Saul nicht, ja, da sehen wir einen ganz großen Unterschied. Ja, genau, ja. Und, und wir haben von seinem Sohn gehört und in einer gewissen Art und Weise, sein leiblicher Sohn hat ihm ja, also hat dann Gott ein Haus gebaut. Ja, David durfte es nicht bauen, er hat zu viele Kriege geführt, zu viel Blut vergossen, das hat Gott nicht erlaubt, aber er hat gesagt, okay, dein Sohn kann das bauen. David hat alles vorbereitet, alles hingestellt und der Salomo hat dann angefangen, ja, diesen Tempel zu bauen in Jerusalem. Genau, genau, ja. Das sind viele Kapitel, die man dann liest, so ab Erste Könige 6, mehrere Kapitel wird er erst gebaut, da wird er beschrieben, wie er innen und außen aussieht, dann wird er eben eingesetzt durch ein Fest, dann gibt es eine Predigt von Salomo und Gott antwortet dann da drauf. Kleine Sache vorweg, wir hatten das mal ganz am Anfang bei dem Abraham ja erwähnt, dieser Tempel ist eben gebaut auf diesem Berg, wo Abraham den Isaak da, also opfern sollte, ja. Das haben wir in der zweiten Chronik 3, Vers 1 gelesen, das ist dieser Berg Moriah, dort ist jetzt dieser Tempel gebaut worden und bevor wir irgendwie mehr reingehen in den Tempel, was ist eigentlich dieses Besondere an dem Tempel? Ja, das Besondere am Tempel, da denke ich immer an die Rede von Salomo, während er diesen Tempel einweiht und er bittet Gott, dass ganz viele Dinge, ja, Gott möge es das erhören und das und das, wenn das Volk Buße tut, wieder umkehrt und so weiter, aber dann sagt er letztendlich die Wahrheit aus, du kannst ja hier gar nicht wohnen, ja. Das ist ja, wie absurd ist das, dass der Gott, der die Welt gemacht hat, in einem Tempel wohnt. Also, aber Gott lässt sich darauf ein, er hat sich auch schon vorher in der Stiftshütte darauf eingelassen und das hat ganz viel damit zu tun, Gott ist unter seinem Volk, ja. Gott ist in der Mitte seines Volkes, auch so ein roter Faden, der sich durch die Bibel hindurchzieht, also wo die Stiftshütte zuerst außerhalb des Lagers gebaut werden sollte, ja, weil Gott sagt, okay, ich gehe nicht mit euch und dann sagt Mose, doch, sei bitte in unserer Mitte, sonst brauchen wir gar nicht gehen und dann wird, ist die Stiftshütte eben mitten im Zentrum, ja. Genauso haben wir dann hier den Tempel, dann gibt es auch neutestamentliche Bezüge, Jesus Christus, der kam und er zeltete unter uns, ja, steht da, also dieser Anklang an die Stiftshütte, auch an den Tempel, ja, in ihm hat die ganze Fülle der Herrlichkeit gewohnt und dann bis in die Offenbarung hinein, dass Jerusalem, das herabkommt mit dem Maßen, die quadratisch sind, so wie das Allerheiligste im Tempel, das wir gleich mal ein bisschen erklären müssen, aber Gott ist unter seinem Volk. Genau, Gott will unter seinem Volk wohnen und das ist eben etwas, allein diese Tatsache, dass dieses Gebäude dort gebaut wird, wo für mich einfach Jesus schon drin vorkommt, ja, denn das tatsächlich, dass Gott selbst unter den Menschen wohnt, das sehen wir eben in Jesus dann erst verwirklicht, denn zu Jesus-Zeiten gab es auch ein Tempel, ja, das war dann der zweite Tempel, den die Juden dann nach der Verbannung gebaut haben und den hat der Herodes nochmal umfangreich dann umgebaut, aber wir merken irgendwie, dieses besondere Etwas an dem Tempel war schon längst verloren gegangen, ja. Das war so der Ort, wo die Marktplätze waren, wo Jesus halt gepredigt hat, wo die Leute hingegangen sind, aber das hat, strahlt irgendwie gar nicht mehr sowas besonders Heiliges aus, ja. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. So, ne. Das, was tatsächlich unter den Menschen Gegenwart Gottes war, war eben dann Jesus selbst. Und das war hier in dem Moment, wo Salomo das dann baute, noch anders, denn in diesem Moment, wo sie das einweiten, war das tatsächlich so, dass diese Wolke von Gott, die damals auch schon bei Mose und dem Volk Israel in der Wüste war, wieder herabkam und eingezogen ist. Also es muss unglaublich gewesen sein, wie die da durch die Türen oder durch das Dach irgendwie reingezogen ist und sich dann dort auf diese Bundeslade, dieses Allerheiligste niedergelassen hat und wo die Menschen wirklich sehen konnten, Gott wohnt jetzt unter uns. Genau, das muss man vielleicht kurz noch erklären, ja. Also diese Wolke war ja schon etwas, was Israel beim Auszug aus Ägypten immer begleitet hat, ja. Die Wolkensäule, die sich immer von der Stiftshütte auch erhoben hat und dann wussten die Leute, okay, Gott will, dass wir jetzt weitergehen. Und in dieser Wolke hat sich Gottes Herrlichkeit gezeigt, hat in der Nacht gebrannt wie Feuer, so sah das aus, zumindest zu der Wüstenwanderung. Und als dann dieser Tempel von Salomo dann eingesetzt wird und die Wolke kommt hinein, das ist also ganz klar ein Bild für, hier ist jetzt die Herrlichkeit des Herrn. Und wir sehen auch, wie die dann gar nicht Dienst tun konnten. Also die Herrlichkeit des Herrn umstrahlt alles und die können da gar nicht hinein, weil das ist, ja, müssen wir vielleicht auch ganz kurz mal eine Minute drüber reden, was ist so das Gefährliche an der Herrlichkeit des Herrn? Warum konnten die da nicht rein? Also es ist auf jeden Fall so, dass die Menschen diese Herrlichkeit Gottes eigentlich nie ertragen können. Natürlich aufgrund ihrer eigenen Sünde. Ich glaube, der, der ihm am nächsten gekommen ist, ist eben Mose, worüber wir letzte Woche geredet haben. Der war ja auf dem Berg. Sinai hat dann die Gebote entgegengenommen. Und man sagt, in dem Moment, wo er hinabkam, hat sein Gesicht so geleuchtet von dieser Herrlichkeit, dass die Israeliten ihn nicht mal anschauen konnten. Also das ist ja nur das Abgefärbte von Mose gewesen. Und er konnte das wohl, weil er eben ganz besonders war und auch sein Herz war bei Gott. Die Menschen können Gott nicht näher kommen in diesem jetzigen Zustand, so wie wir sind. Wir würden diese Nähe zu Gott so nicht ertragen. Ja, also die ist vielleicht wie die Sonne. Kann man immer gut vergleichen. Es ist schön, sie gibt Leben, es gibt Wärme. Aber wenn du hineinschaust, mitten in die Sonne, dann verbrennen deine Augen. Und so ist es auch gefährlich, in den Zustand der Herrlichkeit Gottes hineinzukommen mit Sünde. Wir brauchen diesen Schutzanzug in Christus zu sein, um dieser Herrlichkeit zu begegnen. Aber das ist ein guter Verweis jetzt, weil der Tempel mit all seinen Gegenständen und Eigenschaften, die drin waren, sind ja etwas, was Gott gezeigt hat und sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Und das sehen wir ganz genau dort, wo Gott eben oben ist auf dem Berg und Gott sieht in seiner besonderen Herrlichkeit. Dann lesen wir in 2. Mose 25, Vers 9, geht es darum, wie wir eben jetzt das alles aufbauen soll, die Stiftshütte damals noch, später dann, wie gesagt, Tempel. Da heißt das, genau so wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Also es ist ein Vorbild. Ein Vorbild auf was. Es gibt quasi ein echtes Bild, was Gott ihm gezeigt hat und gesagt hat, so will ich bei euch wohnen, ja. Baut es nach. Es ist ein Teil davon. Also so, ja, ein Abbild. Ja, genau. Genau. Und was finden wir jetzt hier für Gegenstände? Da bist du sicherlich ein bisschen besser dran als ich, Markus. Aber die haben ganz viele Bedeutungen, ne? Ja, also ich habe es jetzt auch nicht im Detail studiert, aber wir haben... Da gibt es ein paar Freaks, die sind da ultra krass, ne? Das Besondere ist eben einfach erstmal diese Kontinuität zwischen Stiftshütte und Tempel zu sehen, ja. Ganz viele Dinge waren schon für die Stiftshütte einmalig angefertigt worden und die sind dann tatsächlich auch in den Tempel hineingekommen. Das wichtigste Teil ist die Bundeslade gewesen, ja. Ein Kasten aus Holz, der aber innen und außen vergoldet war, mit Tragstand dran, ein Deckel drauf, auf dem diese zwei Engels, diese Keruben waren. Und dann dazwischen ist dieser Gnadensitz, wo man gesagt hat, da in diesem Ort wohnte die Wolke und war so Gottes Thron quasi. Und in diesem, in dieser Bundeslade lagen eben die, die Tafeln mit dem Gesetz, lag auch Aarons Stab und ein bisschen von dem Manner, was noch aufgehoben worden war. Das war so das eine Element. Und dann waren eben noch einige Gegenstände, die auch drin waren, ja, die schon für die Stiftshütte hergestellt wurden. Also bei der Stiftshütte, muss man sagen, es war eben eine, war aus Zeltstangen gefertigt, was jetzt beim Tempel einfach gemauerte Wände waren, ja. Auch die Stiftshütte hat eine Trennung drin. Es gab im Prinzip drin zwei Räume. Ein Heiligtum und dann dahinter ein Allerheiligstes. Und das war getrennt mit einem Vorhang, ja. Und so wie eben der, ähm, der Tempel dann aus gemauertem Stein war und Holz gab's dann natürlich auch für die Deckenbalken und sowas, war auch dort in der Mitte eine Trennung durch ein Vorhang. Auch im Tempel gab's ein Heiligtum und dahinter ein Allerheiligstes. Ja. In diesem Allerheiligsten war eben die Bundeslade. Und das war auch der Ort, den eigentlich niemand betreten durfte, ja. Genau, also da durfte wirklich keiner rein. Außer, es gab ja ganz viele Priester, die da gearbeitet haben. Und da gab es eben den sogenannten Hohenpriester. Genau. Und der Hohenpriester, das war, also nach biblischem Maßstab gab's einen Hohenpriester. Nicht so wie dann später zur Zeit von Jesus, wo es da mal ein paar mehr gab. Aber dieser eine Hohenpriester, der durfte da hinein. Aber auch das nur ein einziges Mal im Jahr. Und man, das steht irgendwo so direkt in der Bibel, man meint, es ist so überliefert, dass die ihm tatsächlich aus Vorsichtsgründen eine Schnur um ein Fußgelenk gebunden haben, weil sie sich auch nicht sicher sein konnten, aber nicht irgendwie unrein da reingingen und diese Herrlichkeit Gottes vielleicht nicht ertragen hätte, hätten sie ihn nur noch rausziehen können, weil anders hätten sie ihn ja nicht gekriegt. Niemand durfte da reingehen. Das war also, Aaron war der Erste, dann sein Sohn und so ging das eben hinfort. Und dieser Hohenpriester hatte einen ganz, ganz besonderen Dienst zu tun. Er durfte einmal im Jahr da richtig rein. Die anderen Priester durften nur in das Heiligste. Und in dem Heiligen waren aber auch schon drei wichtige Sachen. Es war eben einmal ein kleinerer Altar, ein sogenannter Räucheraltar, auf dem wurde eben Weihrauch verbrannt. Und das sollte, wenn man das jetzt so ein bisschen überträgt, auf heute, würde ich sagen, sind das die Gebete, die damit signalisiert werden. Ja, es war also kein Opferaltar, denn der stand immer davor. Das war auch bei beiden gleich. Also der eigentlich große Opferaltar, wo eben die Lämmer und die anderen Tiere geschlachtet wurden, der stand immer davor, sowohl bei der Stiftshütte als auch dann beim Tempel. Drinnen war ein kleinerer Rauchaltar. Und das würde ich sagen, kann man so damit übersetzen, dass das die Gebete sind, die wir Gott auch bringen dürfen, die zu ihm aufsteigen, die ein Wohlgeruch in seiner Nase sind. Gibt es auch Parallelen in der Offenbarung zu, die Gebete, die aufsteigen und so. Ja, genau. Ja. Dann gab es noch ganz kurz einfach nur, es gab noch einen Tisch, der noch dabei war, auch alles aus Holz und dann vergoldet. Und auf diesem Tisch dann waren Brote, die sogenannten Schaubrote. Der David selbst übrigens ist später mal, also auf der Flucht war da rein und hat die geknabbert, durfte er. Normalerweise hätte es nie jemand gedurft, aber Gott hat es zugelassen. Großes Bild auch wieder jetzt später auch aufs Abendmahl und so. Ja, also das ist im Prinzip die Güte Gottes und die dort eben liegt, die zu uns zur Nahrung ist. Man könnte auch sagen, das Wort Gottes, was uns zur Nahrung sein soll. Also es ist dieser Tisch und da ist dann eben noch der siebenarmige Leuchter gewesen. Also diese Menorah, die auch heutzutage noch so im Wappen von Israel ist, kennen viele. Dieser siebenarmige Leuchter, der am meisten an sich symbolisiert den Heiligen Geist, weil es auch dieser siebenärmige ist. Ja, irgendwann, manchmal heißt es ja nicht der Heilige Geist, sondern die sieben Geister Gottes. Ja, die sieben ist ja auch eine vollkommene Zahl. Also die Gegenwart Gottes unter den Menschen. Das sind so einige der Einrichtungsgegenstände da. Ja, also man sieht so diese Einrichtungsgegenstände sind schon ganz deutliche Bilder. Also sind ja ein irdisches Vorbild auf das Himmlische und auf die himmlische Wirklichkeit, die hier stattfindet, wie die Gebete, die Gemeinschaft mit dem Herrn und lauter solche, ja, der Geist, der dort ist. Und genauso, denke ich, ist auch der Vorhang. Ja, viele kennen ja die Story. Jesus, als er im Kreuz hängt und er stirbt, was passiert? Der Vorhang im Tempel entreißt, zerreißt in zwei. Und zwar von oben nach unten. Also nicht wie ein Mensch das machen konnte, ja, unten beginnt, sondern von oben nach unten. Und das war ja krass. Die ist Allerheiligste, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein durfte. Und dieser Vorhang zerreißt. Und plötzlich ist das Allerheiligste offen. Es ist sichtbar. Der Weg ist frei. Und das ist so klar Jesus Christus. Ja, das ist sein Fleisch. Also dieser Vorhang symbolisiert sein Fleisch. Er ist ja gekommen im Fleisch, der ja für uns gebrochen wurde. Ja, die ist mein Leib, der vor euch gebrochen wird. Das Opfer im Prinzip, was gegeben ist, ja. Wie das Lamm. Genau. Und die hohen Priester konnten ja auch nicht einfach so einmal im Jahr hineinspazieren, sondern man musste ja auch immer wieder Blut nehmen und Opfern dafür. Und das Blut wurde da dran gesprengt. Ja. Und insofern hat dieser Vorhang die Sünden auch abgehalten durch das Blut. Und sah vielleicht auch nicht so schön aus über die Jahre. Da bleiben wir so ein Vers auf dem Neuen Testament, wo wir sehen, hey, ja, das ist wirklich ein Bild auf Christus hin in Hebräer 10. Da heißt es, 10 Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes, Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch. Das heißt durch sein Fleisch. Na, also soweit, ja. Also sein Fleisch wurde gebrochen, der Vorhang entrist in zwei. Und er hat den Weg für uns freigemacht. Ihm bereitet, dass wir plötzlich in diese Herrlichkeit zu Gott hineingehen dürfen. Wo vorher nie jemand reingehen konnte, außer einmal im Jahr durch das Blut von Stirn. Genau. Also, wenn ihr jetzt wieder dabei seid und euch fragt, warum wir jetzt die letzte Viertelstunde über diesen Tempel gesprochen haben, der Tempel selbst ist, ist eigentlich ein Bild für Jesus. Ja. Weil er seine Aufgabe, dass er eben hier auf der Erde von sterben sollte, letztlich die Bedeutung des Tempels, nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, ein für alle Mal letztlich für überflüssig erklärt hat. Ja. Alles, was die Menschen im Tempel gesucht haben, nämlich zum einen Sühne, Vergebung für ihre Schuld, aber dann auch eben einfach die Möglichkeit, Gott zu begegnen und Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihn unter ihm wohnen, unter sich wohnen, zu erleben. Ja. Das alles war in dem Moment einfach in Jesus verfügbar für jeden Menschen und es brauchte diesen Tempel nicht mehr. Ja. Und wir haben eben auch noch mal kurz über den Hohenpriester gesprochen, über diese besondere Stelle. Da haben wir auch einen Vers, der einfach nochmal sagt, welche Aufgabe letztlich Jesus hatte, also auch dieses Amt des Hohenpriesters, der ja schon dann bei Mose und Aaron angelegt wurde, weist schon auf Jesus hin. Du hast einen Vers rausgesucht, Jürgen. Genau. Also auch im Hebräerbrief, da heißt das in 4 Vers 14 bis 16. Vers 14. Also Jesus, ja, ist der vollkommene Hohenpriester, der in dem himmlischen Heiligtum für uns eintritt, der dort mit seinem eigenen Blut für uns eintritt, der dort, ja, für dich, lieber Zuhörer, ja, der du Christ bist, ja, der, der betet für dich, der, der sagt, hey, schau nicht auf die Sünden, ja, hier ist mein Blut, ja, schau auf mich, ich bin, bin das Opfer. Und der, der einsteht, der, wie wir, gibt es auch dann zu dieser Redeart, ja, der sich verwendet für, für uns, ja, das ist der Hohenpriester, dem, dem wir dienen dürfen. Und somit ist der Hohenpriester eindeutig eben auch ein ganz klares Bild im Alten Testament auf Jesus hin. Ja, so hat man einfach in der Person Davids und dann auch eben in dem Tempel schon dort im Alten Testament einen ganz klaren Hinweis auf Jesus und er ist uns eigentlich gegenwärtig. So wie der Tempel damals für die Menschen gegenwärtig war in ihrer Mitte, kann Jesus heute für uns gegenwärtig sein und immer erreichbar. Das war die heutige Wortreich-Folge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.